Die 12, die es lebendig bis zur Landeplattform geschafft hatten, mussten in der Dunkelheit warten, bis der 13. an seinem eigenen Blut erstickt war. Die Geräusche waren abscheulich und kein Mensch sprach, bis es aufhörte. Dass das Licht nicht bis zur Frachthalle drang, in der sie sich seit einigen Minuten versteckt hielten, war ein Zeichen dafür, wie stark die Piraten unter der Führung Martin Kilkenys die Station beschädigt hatten. Wenn es doch mal flackerte, war es ein sehr schwaches und diffuses Licht. Sie fühlten, wie sich die Plattform plötzlich zu bewegen begann. Es musste eine Anforderung von oben sein, weshalb morgen sofort mit dem Kolben seines Gewehrs die Steuerungsplatte in Stücke schlug. In der Nähe weinte Kayla Wyrick, die Gefängnisterapeutin und das Gewissen der Gruppe leise über dem Toten. Okay, Nyland, sagte Morgan. Wir brauchen einen anderen Weg runter von der Station. Nyland starrte in den Weltraum und schüttelte den Kopf. Sie waren zum Flugdeck gegangen, um zwei Hornetfighter der Station zu stehlen. Diese wollten sie nutzen, um die Blockade der Novodox und ihrem Piratenhauptmann Martin Kilkeny zu durchbrechen. Nyland wusste nur, dass dieser ein Kannibale war und dass, mit den Worten von Kayla Wyrick, etwas mit seinem Kiefer nicht stimmte. Jetzt mit dem Flugdeck in Piratenhand mussten sie nicht nur ein anderes Schiff finden, sie mussten sich auch an eben jenen Hornets vorbeikämpfen. Nyland, scht, ich denke nach, sagte er schnell. Es gibt zwei stillgelegte Fighter und einen alten Stationstransporter in einem Hangar auf der anderen Seite der Station. Aber es bräuchte einen Wundermechaniker, um sie kampfbereit zu bekommen. Außerdem würden uns Kilkenys Männer einfach an den Hornets verfolgen und abknallen. Dann müssen wir die Jäger zerstören. Morgen blickte reumütig auf das von ihm zerstörte Bedienfeld. Ich vermute, das war ein wenig voreilig. Gibt es einen anderen Weg, um wieder auf das Flugdeck zu kommen? Wir können nicht mehr dorthin zurück, erhob sich Wyrick. Sie hatte mit den Gefangenen in der Waffenkammer verhandelt, reiste mit Ex-Streiflingen durch die Station und erlebte den Beschuss der Novadox. Einige Frauen wären unter diesem Druck zerbrochen. Aber sie schien etwas aus der Erfahrung gewonnen zu haben. Sie stand aufrechter denn je, hielt ihr Kinn nach oben und verschwunden war die Passivität der Therapeutin. Sie würde es schwer haben, wieder in die Praxis zurückzukehren, wenn das alles erst einmal vorbei war. Wir brauchen jeden Mann, der übrig ist. Morgen ballte die Faust. Wir haben keine andere Wahl, bemerkte Kayla dies registrierend. Wir verhandeln nicht mit Terroristen, sagte Nyland, ohne zu bemerken, dass er laut gesprochen hatte. Als sich alle Augen auf ihn richteten, wurde ihm klar, dass er sich erklären musste. Wir verhandeln nicht mit Terroristen. Wenn eine Gruppe von Gefangenen jemals das Flugdeck erobert hätte, hätten wir die automatisierten Waffentürme aktiviert und sie ins Jenseits befördert. Kayla Wyrick war von Zorn übermannt. Was? Ich wusste nichts von dieser Vorgehensweise. Gefangene ins Weltall zu schleudern ist unmenschlich. Morgan hob seine Hand, um sie zu stoppen. Entweder das oder sterben. Er gab Wyrick Gelegenheit zu widersprechen. Aber sie schwieg mürrisch. Okay, sagte er. Aktivieren wir die Türme, blasen Kilkenny und seine Männer weg und flüchten dann mit den Backup-Jägern. Nicht so schnell, warf Nyland ein. Da fehlen einige Schritte. Die Türme werden auf dem Kommandodeck aktiviert und das gibt es ja nicht mehr. Und dann ist da noch das Problem mit der Reparatur der Jäger. Oh, macht dir darüber keine Gedanken. Ich kenne da jemanden. Die Türme hingegen. Morgan sah sich um und zeigte auf mehrere kleine, kreisförmige Netzwerkknotenpunkte in der Decke. Da. Können wir sie von hier aus hacken? Nein, sie können ausschließlich ferngesteuert werden. Man wollte nicht zulassen, dass die Gefangenen die Türme selbst deaktivieren. Nyland erhob sich. Aber da müsste der Serverraum sein, sofern er nicht zerstört wurde. Gut. Äh. Was auch immer Morgan sagen wollte, es wurde von einem plötzlichen Rauschen der Kommunikationsanlage der Station übertönt. Die Stimme, die nun hörbar war, war so tief und klangvoll, dass es keine Zweifel darüber gab, dass sie zu dem Piratenkapitän gehörte. Natürlich war es Kilkenny höchstpersönlich. Mein Name ist Martin Kilkenny und Sie können mich als Ihren Bewährungshelfer betrachten. Ich sage Bewährung, weil Sie keine freien Menschen sind. Ein freier Mann ist ein Mann, der jede Aufgabe frei wählen kann. Aber es gibt nur eine Aufgabe, die Sie bewältigen müssen, um sich einen Platz an Bord meines Stückes zu verdienen. Ich bin auf der Suche nach einem Mann namens Martin Browning. Heftdienst du mehr? Alpha X-Ray 3, 4, 5, 9, 8, 7. Es gab eine Pause. Sie haben vielleicht gehört, dass die Novatox Kannibale sind. Das ist richtig. Wir sind Geschöpfe des Nichts. Und das Nichts ist eine hungrige Haut. Versucht es nicht, sich seinen Weg in eurer Station zu bauen? Saugt es euch nicht in seinen Bauch gelassen und du? Wir folgen seinem Beispiel. Was wir nicht verwenden, das essen wir. Es gibt zwölf Plätze auf meinem Schiff. Einen in der Mannschaftskabelle und elf in der Küche. Ein nützlicher Mann wird sich seinen Platz in der Küche verdienen. Komplette Stille. Charmant, sagte Wyrick trocken. Vielleicht findet er ja diesen Kerl und verschwindet, sagte einer der Gefangenen. Er hatte dünne Haare und einen Körper wie ein Sack Stiele. Es war Relic, dachte sich Nyland, der Gefangene, der sie zuvor mit der Reparaturpistole bedroht hatte. Vielleicht, sagte Nyland und ließ das Wort in der Luft schweben. Wenn Kilkenny diesen Browning jagte, würde er sie in Ruhe lassen. Vielleicht. Aber sie hatten einige von Kilkenys Männern getötet und er würde sich an ihnen rächen, wenn er die Gelegenheit dazu bekam. Sie machten sich auf den Weg durch die Wartungskorridore zum Serverraum. Die ehemaligen Häftlinge, die hinter ihnen trotteten, tuschelten über Kilkenys Angebot. Niemand schien jemanden namens Browning zu kennen, aber jeder glaubte, er würde jemanden kennen, der es tat. Trotz des Massakers an ihren Freunden träumte jeder von ihnen davon, derjenige zu sein, der Kilkenys ungenutzte Koje einnehmen durfte. Der Gedanke, dass der Gewinner ihres kleinen Wettbewerbs die Verlierer essen musste, kam ihnen nie in den Sinn. Nyland dagegen war sicher, einen besseren Weg zu kennen, um an Martin Browning zu kommen. Wyrick ging an der Spitze der Gruppe, direkt hinter Morgan. Nyland packte ihren Arm und deutete mit einem Nicken an, dass sie ihr Tempo verlangsamen sollte. Falls es Morgan aufgefallen war, ließ er sich nichts anmerken. Es gibt ein Terminal im Serverraum. Mit deinen Zugangscodes kannst du herausfinden, wer dieser Browning ist und in welcher Zelle wir ihn finden. Du willst ihn an Kilkenys ausliefern? Nach allem, was wir erlebt haben? Vielleicht. Wir müssen unsere Möglichkeiten ausloten. Was, wenn er seinen Mann bekommt und... Die Unwahrscheinlichkeit seiner eigenen Andeutung ließ Nyland stutzen. Nun ja, und... Das Leben eines Mannes, im Austausch für alle auf der Station. Wer würde den Deal nicht eingehen? Äh, der besagte Mann, vermute ich? Wyrick schien zu glauben, damit sei die Diskussion beendet und kehrte zu Morgan an die Spitze zurück. Das Deck, in dem der Serverraum untergebracht war, war dunkel und Nyland machte sich Sorgen, dass es keinen Strom gab. Wenn das der Fall war, brauchten sie einen neuen Plan. Und zwar sehr schnell. Morgan fand in einem Kasten an der Wand ein paar Taschenlampen und verteilte sie. Die Gruppe ging durch eine Tür, die normalerweise verriegelt war. Sie betraten einen Raum, der derart heiß war, dass die Hitze durch die Kleidung drang und ihre Augen austrocknete. Reihen über Reihen voller schwarzer Kästen starrte sie mit flackernden grünen und roten Lichtern an. Es ist heiß hier drin, sagte Relic, unnötigerweise. Morgen sah sich um und ging an einer der Reihen entlang. Lasst uns ein aktives Terminal finden. Ausschwärm. Nyland folgte Wyrick. Er hatte während des Marsches etwas Wichtiges ausgetüftelt. Der Serverraum war wahrlich das Herz der Station. Von hier aus war alles möglich. Auch wenn die Aufzeichnungen seiner Verhaftung und Verhandlung möglicherweise an die UII gesendet worden waren, waren sie hier doch isoliert genug, sodass die Übertragung großer Datenmengen teuer werden konnte. Momentan war alles also nur auf den Servern der Station gespeichert. Mit dem richtigen Zugang konnte Nyland Beweise für seine Verbrechen verschwinden lassen. Jeder, der wusste, dass auch er ein Gefangener war, war tot. Abgesehen von Wyrick. Doch wenn dies alles vorbei war, könnte er vielleicht einen Weg finden, sich ihr Schweigen zu erkaufen. Kayla, ich meine ja nur, es schadet nicht herauszufinden, in welcher Zelle der Kerl steckt. Er ist das Einzige, was Kilkenny will. Er hat seinen Preis. Wir könnten mit dieser Information handeln. Aber dann warnen wir Browning vielleicht davor, dass Kilkenny auf dem Weg zu ihm ist. Hä? Wyrick stoppte abrupt und Nyland lief fast in sie rein. Sie drehte sich zu ihm um. Er konnte das Blau ihrer Augen im Schein der Lampe sehen. Ich bin deine Therapeutin, Nyland. Ich kenne dich wahrscheinlich besser als du dich selbst. Im Herzen bist du kein Feigling. Du weißt, dass Kilkenny nachzugeben falsch ist. Dieser selbstsüchtige Verbrecher, der du vorgibst zu sein, ist nur deine Art des Umgangs mit deiner Schuld. Du bestrafst dich doch selbst. Nyland griff eines der Server-Racks. Mein Bruder hat damit nichts zu tun. Er leckte sich mit seiner Zunge in die Lippen. Und ich mag ein eigennütziger Verbrecher sein. Aber ich bestrafe mich nicht selbst. Ich versuche, jedes Werkzeug, das mir zur Verfügung steht, zu nutzen, um uns alle hier lebend rauszubringen. Wenn Therapeuten lügen können, dann können ihre Patienten das auch, dachte sich Nyland und guckte Kayla Wyrick provozierend an. Wyrick erwiderte seinen Blick für eine unangenehm lange Zeit. Ihre blauen Augen zuckten mikroskopisch, als würden sie die Sichtlinie zwischen ihren beiden Pupillen ungebrochen halten. Endlich schien sie zu einem gewissen Entschluss gekommen zu sein. Gut, ich gebe dir die Zugangscodes. Wenn du sie wirklich willst. Willst du sie wirklich, Nyland? Denk sehr sorgfältig darüber nach. Gegen seinen Willen tat Nyland es tatsächlich. Er dachte an Danny und ihre gemeinsamen Tage in der Akademie. Vor Dannys Tod war er wie ein gerader Pfeil gewesen. Nie hätte er in Betracht gezogen, ein Verbrechen zu begehen, er schweige denn die Beweise für ein solches zu vernichten. Was hatte sich seitdem verändert? Nyland scheute es, diesem Gedanken weiter nachzugehen. Diese verdammte Psychiaterin begann, zu ihm durchzudringen. Ja, sagte er deshalb so unschuldig, wie er nur konnte. Er war sich unsicher, ob sie ihr Versprechen halten würde. Aber sie drückte auf ein kleines Metallteil und ein Terminal öffnete sich. Sie tippte ihre Codes ein und ging weg. Kayla Wyricks radikale Therapie war gescheitert. Und Nyland hielt sich für siegreich. Erst nachdem er den Beweis für seine Verbrechen aus der Datenbank entfernt hatte, realisierte Nyland, dass es überhaupt gar kein Sieg war. Aus irgendeinem Grund fühlte es sich eher wie eine Niederlage an. Er hatte ein Abfragefenster geöffnet und der Cursor leuchtete ihn blinkend an. Nyland fühlte plötzlich eine riesige Last auf seinen Schultern. Er hatte Wyricks Vertrauen zweimal verraten. In ebenso vielen Minuten. Er sagte sich, er würde es wieder gut machen. Anfangs schien dieser Gedanke eher oberflächlich, also sagte er sich noch einmal, dass er es wieder gut machen würde. Und dieses Mal meinte er es auch so. Seine Finger tanzten über die Tastatur. Er gab den Namen von Martin Browning ein. Zu seiner Überraschung kam ein leeres Fenster. Von den 2400 Gefangenen auf OSP 4 hatte kein einziger das Pech, Martin Browning zu heißen. Und die Identifikationsnummer, die Kilkenny genannt hatte, gehörte einem toten Mann namens Wilbur Marx. Morgan hatte ein anderes Terminal im hinteren Teil des Raumes gefunden und brachte eine Ansicht des Flugdecks auf den Schirm. Ein Fadenkreuz schwebte über den zwei Hornets. Die Verbindung ist durchgeschmort, sagte er, wischte sich den Schweiß vom Nacken und schnippte die Tropfen auf den Boden. Naja, es ist diese verdammte Hitze. Nur einer der Waffentürme reagiert. Wir werden nicht viel Zeit haben. Zieh zuerst auf die Jäger, ordnete Nyland an und wischte sich die verschwitzten Handflächen an seiner Hose ab. Er fragte es zwar tödlich, aber ihm können wir entkommen. Gefunden, was du gesucht hast? fragte Morgan und blickte über die Schulter. Klar, ich habe eines der Terminals verwendet, um meine Nachrichten zu lesen. Habe einige Rechnungen bezahlt? Na, du weißt schon. Es war ein schwacher Witz, aber Morgan lachte grunzend und fragte nicht weiter nach. Wyrick stand neben ihn und vermied es Nyland anzusehen. Dieser wiederum versuchte an etwas zu denken, das er sagen konnte, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Aber ihm fiel nichts ein. Morgan schlug ein paar Tasten auf dem Terminal und das Fadenkreuz färbte sich rot. Betrachtet das als einen Liebesbrief an Käpt'n Kilkenny, sagte er grinsend.